Musik Der Austausch macht nach meiner festen Überzeugung nicht nur Sinn, er ist sogar zwingend notwendig. Einerseits, weil wir in unserer landespolitischen Verantwortung im jeweiligen Bundesland eine ganze Reihe von gemeinsamen Themen zu bearbeiten haben. Auf der anderen Seite, und das ist noch wichtiger, sind wir derzeit aber im Begriff Historisches zu schaffen, die Freien Wähler weiterzuentwickeln zu einer neuen bundespolitischen Kraft der Mitte. Und da sind diese drei Landesparlamente erst der Anfang und umso wichtiger ist es, sie miteinander zu koordinieren, um da so richtig Wumms dahinter zu kriegen, um in die Lücke, die sich auf den bürgerlichen Lager zu stoßen und uns Freie Wähler, diesen gesunden Menschenverstand der Freien Wähler, zu einer bundespolitischen Kraft weiterzuentwickeln. Wir umarmen also aus Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Bayern das ganze Land und versuchen da frischen, orangenen Wind nach ganz Deutschland zu bringen. rub vs. Untertitelung des ZDF, 2020